Das sind meine Top 5 Videogames. Top 5 ist eher was Nostalgisches für mich, das ist die Uncharted 3, vor allem Uncharted 3. Ich habe das damals als Kind bis zum Grund und Boden durchgesuchtet, vor allem den Nathan Drake und auch die Musik von Uncharted 3. Generell die Settings mit der Wüste und so, wirklich ein grandioses Game. Top 4 ist Batman Arkham City, auch eigentlich eher was Nostalgisches für mich. Batman Arkham City war mein erstes PS3-Spiel und es ist ein Arkham-Spiel, ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Top 3 ist The Marvel's Spider-Man. Ich habe das jetzt ein bisschen höher gerankt, weil ich auch gerade so einen Hype habe auf den zweiten Teil, der bald rauskommen wird im Laufe des Jahres. Story-technisch sehr, sehr gut, Gameplay brauche ich gar nicht erwähnen, ist auch bombastisch. Klar, es ist auch ihre Macken zwar, aber für mich auf jeden Fall ein grandioses Game. Top 2 ist Red Dead Redemption 2, ein Meisterwerk der Open-World-Spiele. Das beste Open-World-Spiel für mich persönlich aller Zeiten, was auf den Markt kommt. Die Open-World brauche ich gar nicht erwähnen, ist grandios, die Grafik und auch die Story. Oh mein Gott, was für eine geile Story, der 2 hat. Klar, der hat einen langsamen Aufbau, aber gegen Ende des Spiels wird es richtig, richtig geil. Also meine Top 2, wirklich bombastisches Game. Meine Top 1 ist, das wird, glaube ich, immer im Herzen bleiben für mich, egal was passieren wird, ist The Last of Us 1. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen zu The Last of Us 1. Story, Meisterwerk, Gameplay auch cool und einfach die Atmosphäre, die Geschichte, die jetzt erzählt wird, hat mich als Kind und bis zum Erwachsenenalter immer noch mitgenommen. Ich muss nur die Serie anschauen eigentlich. Und werde die Geschichte auch schon mal mitnehmen.